Es ist Mitte der Woche, das heißt Weekend Flashback Time. Am Donnerstag waren wir beim Supercup im Wasserball und der machte seinem Namen wirklich alle Ehre. Die gebotenen Spiele, die waren super und zwar super spannend. Am Samstag hieß es dann noch Engarde und es trafen sich Ostdeutschlands beste Floretten-Nachwuchsfechter zum SCB-Pokal 2019 und Hauptstadt Sport TV war dabei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nächstes Wochenende sind wir wieder bei drei spannenden Veranstaltungen vor Ort. Am Freitag geht es weiter in der dritten Handball-Bundesliga. VfL Potsdam empfängt den SV Burgdorf 2. Und am Samstag geht es dann in der zweiten Handball-Bundesliga der Damen weiter. Die Spreefüchse spielen gegen den SV Werder Bremen. Als fünfte Station der diesjährigen Schwimm-Weltcup-Serie darf Berlin vom 11. bis 13. Oktober erneut Top-Athleten aus der ganzen Welt begrüßen. Und Hauptstadt Sport TV ist natürlich für euch am Start. Und das war es auch schon wieder von mir, aber nur bis nächste Woche, weil dann ist wieder Weekend-Flashback-Time. Bis dann! 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 Vielen Dank.